Faszettierung Auf der Suche nach Literatur im Katalog der Universitätsbibliothek Leipzig kannst du deine Suchergebnisse durch Faszettierung im rechten Bildrand einschränken. Die angeklickten Filter werden dabei auch für deine nächste Suche beibehalten. Unter der Kategorie Zugang kannst du zum Beispiel zwischen lokalen Beständen und Online-Formaten unterscheiden. Auch die Kategorie Format hilft dir, gezielter nach dem für dich geeigneten Quellenmaterial zu suchen. Hier gibt es beispielsweise die Unterkategorien Artikel, Buch, Audio, Bildmaterial oder Video. Unter den weiteren Kategorien, die deine Suche spezifizieren können, sind Standorte, Fachgebiet, Person und Institution, Sprache, Kollektion oder Erscheinungsjahr. So kommst du gezielter an die Quellen, die du für deine wissenschaftliche Arbeit benötigst.